Was ist der Mahdi? Er wird nicht wissen, dass der ein Mahdi ist. Er wird es nicht wissen. Die Leute werden ihn daran erinnern und Allah wird ihn in einer Nacht bereit machen. Was heißt bereit machen? Die Gelehrten sagen, er wird in einer Nacht bereit gemacht, dass er diese gewaltige Stellung übernehmen soll, dass er Führer der Muslime ist. Und er wird in der Zeit von Isa a.s. sein, Jesus. Und sie werden zusammen die muslimische Armee anführen. Isa a.s. wird Ad-Dajjal töten und noch das Schwein. Und was brechen? Das Kreuz. Ja, weil Isa a.s. hat hier keinen Kampf geführt auf der Erde, aber wenn er zurückkommt, dann führt er den Kampf. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wie mit dem Schwein. Heißt das, er wird es ausrotten oder er wird er... Töten, Wallahu alam. Brauchen wir nicht. Töten. Totes Schwein. Da, sowieso Haram zu essen. Totes Schwein.